Hier mit dem Parken in Köln, der Altstadt von Deutz. Überall diese ökologisch überlegenen Radfahrer hier. Fisch und Hals bei. Habe ich hier neben dieser CDU-Tante auf dem Plakat geparkt. Meine Frau da rein kommt gleich. Klotzt mich da diese doofe Olle da an von der CDU. Obwohl die sieht schon pervers aus. Ich meine, ich wähle die nicht, aber so wie die aussieht, ist das eine Sau, glaube ich. Da kriege ich schon so erotische Gefühle bei. Ich denke gerade so an Natursektspiele, Fisten, Analfisten. So voll christlich demokratisch. Also jetzt werde ich auch noch geil. Jetzt werde ich auch noch geil von der blöden Schlampe. Ja, guck so. Guck mich an. Fotze. Das war jetzt mal so ein politischer Beitrag von mir. Ja. Fotze. 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 Hey, pretty waitress. My fans waitress. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's.